Herzlich willkommen in Wien. Ja, stimmt. Heute hat er mir gesagt, also darf ich das weiter petzen? Also es ist erstens die erste Buchvorstellung, aber es ist die zweite, nachdem es eine gab vor dem Bundeskabinett, also vor der deutschen Ministerriege. Also wir fühlen uns enorm geschmeichelt, dass du sozusagen den Aufschlag jetzt hier in Wien machst und uns aus diesem Buch was erzählst und dass auch Co-Autoren da sind, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und dann, ja, also herzlich willkommen auch an die Kommentatorin, ist auch ein Novum heute, Esther Kovac, danke. Und jetzt übergebe ich wieder an Katrin Kalbert, weil sie macht dann die Vorstellung. Dankeschön, willkommen nochmal. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Der Mann zu meiner Rechten ist ganz schnell ein Popstar geworden in der deutschen Soziologie. Und in der deutschen Medienlandschaft und wundert sich selbst noch ein wenig darüber, wie schnell das jetzt ging und wie dieses Buch Schlagzeilen macht, bevor es quasi überhaupt auf dem Markt ist. Dutzende von Interviews schon gegeben. Thomas Lux ist auch da. Wo ist er? Co-Autor. Sozusagen zufällig. Wir freuen uns sehr. Und meine These ist ja, dass Trägerpunkte deshalb auch so schnell so populär ist, weil es möglicherweise eine Art Entspannungs-Yoga ist, ein Intellektuelles für die Ängste, mit denen wir uns die letzten Jahre geplagt haben. Weil wenn man die These komplett verkürzt, und Sie werden uns gleich sagen, dass das nicht möglich ist, aber ich tue es jetzt mal um der Sache willen, wenn man die These komplett verkürzt, dann könnte man sagen, das mit der Polarisierung ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ist alles gut, wir streiten uns gar nicht, wir sind alle einer Meinung und können weitermachen. Das Gegenteil ist der Fall. Steffen Mau ist Soziologe und ist an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Akademie der Wissenschaften und an der Akademie Europa und publiziert über soziale Ungleichheit schon ganz lange, über Transformationsgesellschaften im Osten und nun über Triggerpunkte. Ein Buch, in dem es auch das, unzulässig verkürzt, letztlich um vier Themenbereiche geht, um vier Gruppen, um vier Thesen, um vier Themen, um die Themen Wohlstand, Migration, Identität und Klima, die die Autoren aufgeteilt haben in vier Gegensatzpaare, an denen auch das Buch entlang erzählt und entlang analysiert. Diese Gegensatzpaare sind oben, unten, stellvertretend für die Wohlstandsthematik, Migration, innen, außen, wir und sie hinter die Identitätsfragen und heute Morgen sind die Fragen von Klima und Zukunft der Menschheit. Steffen Mau wird zuerst 20 Minuten zusammenfassen, erklären, analysieren, worüber die drei Autoren geforscht haben und warum es dann doch nicht so gemütlich ist, was wir lesen werden. Esther Kovac, werde ich hinterher noch vorstellen, sitzt da rechts und wird eine Art Co-Vortrag halten mit einer völlig anderen Thematik, anderem Zugang, das ist immer sozusagen unser Parallelzugang. Ich gebe Ihnen das Wort und freue mich, dass wir hinterher noch eine halbe Stunde hoffentlich Zeit haben zu diskutieren, mindestens satt. Ja, guten Abend, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich muss feststellen, es ist jetzt innerhalb eines Jahres mein dritter Vortrag in Wien und alle haben an sehr besonderen Orten stattgefunden. Einmal habe ich in einem Zelt vorgetragen, das letzte Mal in einem sehr ehrwürdigen Saal der Akademie der Wissenschaften und heute hier in einem Café. Also der Variationsreichtum ist relativ groß. Das Buch ist noch gar nicht richtig erschienen, weil es offiziell erst Montag erscheint und man kann es im Buchhandel auch noch nicht kaufen. Aber hier gibt es das schon, weil der Verlag so freundlich war, das direkt anzuliefern. Und heute hatte ich das Buch im Handgepäck und als das dann durch diese Maschine durchgelaufen ist, hat das gleich gepiept und ich musste dann irgendwie meine Tasche öffnen und dachte, haben Sie ein Buch da drin? Ich sage, ja, das muss ja ein sehr dickes Buch sein, sage ich, ja, ist schon relativ dicht. Und er sagt, ja, die Dichte dieses Buches ist zu hoch. Das würde dann der Scanner als explosives Material identifizieren und dann musste noch so ein extra Test gemacht worden, aber es ist nicht einbehalten worden, also es ist noch da. Ja, worum geht es da eigentlich in dem Buch? Das ist gar nicht so einfach, das jetzt in 20 Minuten zusammenzufassen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen, also von Thomas Lux, Linus Westhäuser und mir, sind eigentlich medial, aber auch wissenschaftlich intensiv debattierte Polarisierungs- oder Spaltungsdiagnosen. Häufig mit der These, dass wir uns in einem sich neu formierenden Konfliktraum befinden, wo es nicht mehr darum geht, dass die Arbeiterklasse sich mit dem Kapital auseinandersetzt, sondern dass es darum geht, dass Kommunitaristen in Konflikt geraten mit Kosmopoliten, dass urbane Akademikerklassen gegen traditionalistische Arbeiterklasse steht, dass es progressive gibt auf der einen Seite und Traditionalisten auf der anderen, dass es urbane und Landeier gibt. Und diese Fragen, die geistern so durch die Forschung, aber auch durch die öffentliche Diskussion. Und wir hatten schon lange das Gefühl, dass das vielleicht nicht ganz so stimmt, sondern dass diese Dichotome-Welt, diese Zwei-Lager-Welt, die da beschrieben wird, eigentlich nur eine Karikatur der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist. Und wir sind empirisch Forschende und haben dann im Prinzip versucht, ja, mal so eine Unternehmung zu machen, das empirisch so ein Stück weit zu vermessen, aber nicht gleich mit dem Gegenteil zu kommen, indem wir dann sagen, ja, es gibt gar keine Polarisierung und alles ist harmonisch und gut, sondern mit dem Versuch, doch die Konfliktlandschaft der Gesellschaft besser zu verstehen und auch besser zu durchdringen, wer sich eigentlich wie und warum auf welche Weise positioniert. Ich habe immer gern mit so einem Bild gearbeitet. Das heißt sozusagen, die polarisierte Gesellschaft ist die Kamelgesellschaft. Das ist also zwei Höcker, dazwischen ein großes Tal und diese beiden Höcker sind eben zwei gesellschaftliche Großgruppen oder Großlager, die sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstehen. Und das Gegenbild ist die Dromedar-Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, die so verteilt ist wie so eine gausche Normalverteilung. Also an den Rändern läuft es aus und in der Mitte stehen die allermeisten irgendwie doch relativ dicht beisammen. Und das ist so eine Ausgangsexposition unseres Buches und wir stellen dann schon relativ früh fest, dass es eben weder reine Kosopoliten noch reine Kommunitaristen gibt, sondern die meisten Leute irgendwie sowohl als auch Typen sind, Mischmenschen, die sich nicht so eindeutig in stark auskonturierte Lager verorten lassen. Und man kann für Deutschland sogar feststellen, dass es eine Abnahme von bestimmten Formen der Polarisierung gibt, die sich vielleicht an dieser links-progressiv-versus-rechts-konservativ-Scheidelinie entlang orientiert. Wir können auch feststellen, dass es bestimmte Formen von affektiver Polarisierung, die es immer mal auch gegeben hat, wenn neue Parteien in den Bundestag hineingekommen sind, zum Beispiel die Grünen oder die PDS, dann später Linke, dass die über die Zeit ein Stück weit abgenommen haben und mit der AfD jetzt erstmal eine neue Polarisierungswelle vielleicht ist oder die Form der affektiven Polarisierung im politischen Raum, aber es keine stetige Zunahme über die letzten 30 oder 40 Jahre gegeben hat. Wir sagen also, es gibt keine Megakonflikte, aber es gibt auch unterschiedliche Konflikt-Arenen, wie wir das nennen. Der Begriff Arena ist jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern es ist die Vorstellung, dass es eigentlich so fokussierte oder zentrierte Räume der Auseinandersetzung gibt mit bestimmten Einsätzen, also mit bestimmten Dingen, um die dort eigentlich verhandelt oder gekämpft wird, spezifischen Ressourcen, auch spezifischen Interessenten an diesen Themen, aber auch spezifischen Politiken, die diese Themen bearbeiten. Sie haben das ja schon genannt, also das sind im Prinzip vier Arenen, von denen wir ausgehen. Die erste Arena ist die Oben-Unten-Arena. Das ist natürlich der klassische Verteilungskonflikt zwischen Kapital und Arbeit. Da gibt es um materiellen Reichtum oder Armut. Es geht um Einkommensverteilung. Es geht um Steuer- und Transferpolitik. Der zweite Bereich ist der Innen- und Außenpolitik. Da geht es um Fragen des territorialen Zugangs, um Migration, um Mitgliedschaftsgrenzen, um Fragen von Inklusion, zum Beispiel in die sozialen Leistungssysteme. Bei der Wir-Sie-Arena, das ist das, was häufig eben als Kulturkonflikt beschrieben wird. Da spielen identitäts- oder anerkennungspolitische Themen eine große Rolle. Also Minoritätsgruppen oder marginalisierte Gruppen, die versuchen, gleiche Anrechte oder Nichtdiskriminierung öffentlich durchzusetzen. Ob das im Bereich des Rassismus ist, im Bereich der ethnischen Diskriminierung oder im Bereich neuer Lebensformen und sexueller Diversität oder vielfältig werdender Identitäten. Und der vierte Bereich sind die heute Morgen-Konflikte. Da geht es eben um das Thema Nachhaltigkeit, Generationenverhältnisse und ganz zentral natürlich um die Bewältigung des menschengemachten Klimawandels. Das ist auch ganz zentral eben ein Zeitkonflikt, weil man eben weiß, man muss relativ schnell handeln, um überhaupt noch Gegenmöglichkeiten in der Hand zu haben. Und wenn man zu lange das aufschiebt, auf die lange Bank schiebt, wenn man nicht tief genug eine Transformation angeht, dann droht eben das Scheitern. Wir haben für alle diese Arenen im Prinzip versucht, genauer zu bestimmen, ja worum geht es da eigentlich? Und wer macht da wie mit? Und das mache ich jetzt nur wirklich stichwortartig, dass ich Ihnen mal sage, was so in diesen einzelnen Arenen rauskommt. Also in der oben-unten-Arena würden wir sagen, die ist gesellschaftlich nicht mehr so salient, wie sie mal gewesen ist. Es gibt so etwas wie eine demobilisierte Klassengesellschaft. Das ist ein Begriff, den Klaus Dürre in die Diskussion einstellt. Wir machen auch Einstellungsvermessungen bei ganz vielen Aspekten relativ geringe Unterschiede, zum Beispiel zwischen den sozialen Klassen. Also die Frage, ob Ungleichheit zu groß ist, ob der Staat umverteilen soll, da gibt es zwar Klassendifferenzen, aber die sind relativ gering abgeschwächt. Und es ist sehr interessant zu beobachten, dass es sozusagen gegen Legitimationsnarrative Selbstverpflichtung auf meritokratische Normen, also selbst in den einfachen Schichten, in der Arbeiterklasse wird das Leistungsprinzip sehr hoch gehalten, werden Unterscheidungen gemacht zwischen denen, die Anspruch haben und denen, die keinen Anspruch haben, sondern zwischen denen, die morgens aufstehen und fleißig sind oder zwischen denen, die öffentliche Transfers erhalten. Und hier würden wir sagen, dass es eigentlich eine Wegbewegung gibt von vertikalen Klassenkonflikten hin zu doch stärker horizontalen, moralisierten Ressourcenkonflikten. Das sieht man bei vielen auch öffentlichen Diskussionen um die Einführung des Bürgergeldes. Das wurde sehr skeptisch auch bei relativ einfachen Arbeitnehmern betrachtet, aber in vielen anderen Feldern eben auch. Die Innen-Außen-Arena, das ist eigentlich sozusagen der virulenteste Konflikt gegenwärtig. Heiß diskutierter Konflikt, wo wir auch die größten Klassendifferenzen zum Beispiel finden, aber nicht in dem Sinne, dass wir eine rechte, migrationsskeptische Arbeiterklasse haben und nicht eine weltoffene kosmopolitische Akademikerklasse, sondern eher in dem Sinne, dass die einfachen arbeitnehmerischen Schichten sozusagen sehr heterogen sind in ihren Einstellungen. Man findet sowohl Rechte, die zum Beispiel der AfD hinterherlaufen, sie sind viel, viel heterogener als die akademischen Klassen zum Beispiel. Wir finden da eine starke Präferenz in der Bevölkerung, so etwas, was man vielleicht bedingte Inklusionsbereitschaft mit regulierter Migration nennen könnte. Also keine starken Interessen an Schließung. Die allermeisten Leute sagen, Einwanderung ist notwendig, ist sogar eine kulturelle Bereicherung. Aber wir haben eben auch einen signifikanten Alter in der Bevölkerung, um die 25, vielleicht 30 Prozent von Leuten, die eben sehr dezidierte Schließungsinteressen haben und sich auch gegen Migration dann relativ stark zur Wehr setzen, verbunden oft auch mit Ressentiments, mit Rassismus, mit ethnonationalistischen Vorstellungen, mit auch völkischen Ideen einer Gemeinschaft. Divisierkonflikte, da sehen wir über die Zeit eine enorm starke Liberalisierung. Das denkt man gar nicht, das sind ja intensive Konflikte. Also ich erinnere mal daran, vor zwei Jahren gab es mal ein Misgendering in einem kleinen Online-Forum der Sozialdemokratischen Partei. Danach hat die gesamte bundesdeutsche Öffentlichkeit vier Wochen über nichts anderes diskutiert. Und da würde man denken, ja, das ist jetzt eigentlich ein riesiger gesellschaftlicher Konflikt. Wir würden sagen, es ist eigentlich ein Bereich, wo es den größten sozialen Wandel gibt über die Zeit. Fragen von Homosexualität. Noch vor 25, 30 Jahren wurde das zum Beispiel in Befragungen im Kontext von Devianzthemen mit abgefragt, was völlig heute überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Auch die Liberalisierung ist letzten Endes durch alle Schichten durchgewandert. Die Akzeptanz der gleichgeschlechtlichen Ehe, Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. All das sind Dinge, die von einer großen, sehr breiten Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen werden. Dennoch gibt es natürlich Konflikte um diesen Bereich. Aber die Konflikte sind nicht da angesiedelt, wo es Toleranz für unterschiedliche Lebensformen, sexuelle Identitäten oder Orientierung gibt, sondern wo die Frage verhandelt wird, ob diese Themen öffentlich auf bestimmte Art und Weise artikuliert und politisiert werden sollten. Es gibt die Unterscheidung von Rainer Forst, dass er sagt, ja, es gibt so etwas wie Erlaubnistoleranz. Da sagt die Dominanzgesellschaft, ja, jeder kann nach seinem Gusto, kann nach seiner Fasson glücklich werden. Aber wenn es darüber hinaus geht, also in Form von Respekt oder Wertschätzungstoleranz, sind viele Leute vor allen Dingen in den einfacheren Schichten zurückhaltender. Und da finden wir auch deutlich mehr Kritik an aktivistischen Vorstößen zur Beseitigung von Diskriminierung, an öffentlichen Zurschaustellen oder Zelebrieren von Diversität. Da zeigt sich mehr Skepsis in der Arbeiterklasse. Also das sind eher die Konflikte, um die es geht. Gar nicht darum, ob die Leute jetzt alle homophob sind oder nicht. Vierter Bereich, heute Morgen Konflikte. Auch da würden wir sagen, wird eigentlich der Konflikt in der Öffentlichkeit häufig falsch beschrieben. Nämlich als Konflikt zwischen Klimaleugnern und Klimaskeptikern und denjenigen, die aufgeklärt sind und follow the science zu ihrem Banner gemacht haben. Und wir müssen unbedingt was ändern. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Klimaleugner gibt es relativ wenig. Ich rede jetzt über die Bundesdeutsche, bevor ich kann es jetzt nicht über Österreich sagen. Ich vermute, die Zahlen sind da ähnlich im einstelligen Prozentbereich. Der wichtigste Konflikt dreht sich eigentlich darum, wie eigentlich die Transformation organisiert werden soll. Einigen geht alles viel zu langsam. Einigen sind die Veränderungen, die notwendig sind, viel zu tiefgreifend. Anderen sind sie nicht tiefgreifend genug. Und der Hauptkonflikt ist eigentlich, da geht es darum, wie werden eigentlich die Transformationen organisiert. Wer trägt welche Transformationslasten und Kosten? Und wir sehen, wir sprechen auch unter Bezug auf andere Autoren von so etwas wie einer Ökologie der Mittelklasse und einer Ökologie der Arbeiterklasse. Die Ökologie der Mittelklasse ist stark kognitiv ausgerichtet. Da geht es um Wissen, da geht es um Wahlfreiheit, da geht es um die Entscheidung für einen nachhaltigen Lebensstil zum Beispiel. In der Arbeiterklasse ist eine völlig andere Ökologie dominant, die sich nämlich stärker in Begriffen des ökonomischen und des sozialen ausdrückt. Da wird sofort die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich für mich und für meinen Lebensstandard? Kann ich mir das überhaupt leisten? Und von daher sozusagen das zu sehen, dass das im Prinzip dieser, das ist so ein ganz zentraler Konflikt, ob das jetzt über das Gebäudeenergiegesetz ist oder über Fragen der individuellen Mobilität, der sich eben vor diesem Hintergrund nur verstehen lässt. Das Buch heißt ja Triggerpunkte. Das heißt, wir versuchen eigentlich zu zeigen, wie doch in Bereichen, wo relativer Konsens vorherrscht, plötzlich die Diskussionen oder auch die Haltung der Personen sich verhärten können. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wenn man relativ viel Können sonst in vielen Bereichen findet, wie kommt es eigentlich dazu, dass viele Dinge so enorm hochkochen? Wie kommt es eigentlich dazu, dass Dinge, die erstmal so relativ sachlich verhandelt werden können, plötzlich in einen Erregungszustand, fast in einen anderen Aggregatzustand übergehen, wenn man bestimmte Themen berührt? Ich nenne jetzt mal so ein Thema, das man so eine Runde werfen könnte. Freitagnachmittags in Berliner oder Wiener Schwimmbädern, zwei Stunden Schwimmzeiten nur für Transpersonen. Wenn Sie das sozusagen einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe zur Diskussion geben, gibt es von zehn Leuten wahrscheinlich sieben oder acht, die sich darüber wahnsinnig aufregen können. Obwohl Sie vorher tausendmal beteuert haben, Sie seien eigentlich wahnsinnig tolerant. Und Ihnen sei doch egal und Sie hätten so viele Freunde, die unterschiedliche Lebensentwürfe haben und so weiter. Da haben wir uns schon gefragt, ja woran liegt das eigentlich? Und wir versuchen in dem Buch im Prinzip so grundlegende Dispositionen zu rekonstruieren. Also nicht diese Einzelfälle interessieren uns gar nicht, sondern so grundlegende, eine grundlegende Taxonomie zu entwerfen, wo eigentlich solche Triggerpunkte angesiedelt sind. Und da haben wir vier Aspekte rausgearbeitet. Das eine sind so Gleichheitsvorstellungen, das kann sich auf nicht Diskriminierung beziehen, aber auch auf Übervorteilung bestimmter Gruppen. Das zweite sind Normalitätserwartungen, also dass bestimmte Personengruppen, die sich vielleicht nicht an so eine Vorstellung des Normalen halten, kritisch beäugt werden, dass man darauf häufig auch aversiv reagiert. Das dritte sind bestimmte Entgrenzungsbefürchtungen, also dass man das Gefühl hat, ja es gibt jetzt irgendwie eine Anspruchsinflation von bestimmten Gruppen, das können wir nicht mehr kontrollieren und wir geben denen jetzt die kleine Hand und jetzt den kleinen Finger, jetzt nehmen die die ganze Hand. Also dass die Vorstellung da ist, man kommt auf so etwas wie so eine slippery slope, die Sachen bewegen sich von mir weg und der Wandel nimmt letztendlich so eine Dynamik an, die nicht mehr kontrollierbar ist. Und das vierte sind Verhaltenszumutungen, das ist klar, das bezieht sich häufig aufs Sprechen, aber natürlich auch auf die Heizung, die man im Keller hat. Und das ist etwas, was auch Oliver Nachtwey und Karolin Amlinger in ihrem Buch beschrieben haben, dass die Leute relativ stark auf ihre individuelle Freiheit und auf Autonomie insistieren und immer wenn es staatliche Vorgaben gibt oder die Vorstellung, da gibt es jetzt irgendjemand, der kommt und oktroyiert mir etwas, da wird allergisch drauf reagiert. Das sind so die Triggerpunkte. Was wir weiterhin sozusagen als große These haben, ist eine vollständig veränderte politische Konfliktlandschaft. Also es geht nicht nur um moralische Ökologien oder Ökonomien und solche Grunddispositionen, sondern die These steckt schon drin, dass wir eigentlich in der breiten Mitte der Gesellschaft so etwas finden wie eine Entideologisierung. Das kann man auch sehen an der stärkeren Bewegung von Wählern zwischen den großen demokratischen Parteien hin und her. Also weniger Berührungsängste, eine größere Promiskuität der Wählerschaften. Es gibt eben keine Stammkunden mehr auf der Seite der Elektorate. Und das ist für die Parteien natürlich ein großes Problem, weil sie die Leute nicht mehr so ohne weiteres mobilisieren können. Das ist an den gesellschaftlichen Rändern anders. Und deswegen haben wir heute eine Situation, das ist sozusagen eine zentrale These, die wir haben, dass eigentlich die Politisierung in der Mitte der Gesellschaft sich eher abgeschwächt hat, ist ein Stück weit abgedimmt. Die Leute sind auch sehr schwer mobilisierbar für politische Projekte zum Beispiel und an den Rändern doch relativ laut. Und das gibt uns eben auch den akustischen Eindruck, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft leben, weil die Ränder im Prinzip übersteuert sind und die Mitte so ein Stück weit leiser geworden ist. Und wir haben zwei Begriffe, mit denen wir so ein Stück weit operieren, um zu zeigen, wie eigentlich diese veränderte politische Dynamik aussieht. Und ein Begriff ist der der Affektpolitik. Der zweite Begriff ist der der Polarisierungsunternehmer. Affektpolitik heißt für uns sozusagen der Versuch über Emotionalisierung, über solche Triggerthemen zum Beispiel in irgendeiner Weise Leute zum politischen Mitmachen zu bringen. Affektpolitik bedeutet für die Ränder natürlich, dass man über relativ stark emotional aufgeladene Themen geht. Aber auch in der Mitte kann das passieren, wenn Friedrich Merz über die Zahnarztbesuche von Migrantinnen und Migranten spricht, dann ist das natürlich genau so ein Trigger, den der setzt, der ganz vieles gleichzeitig anspricht, nämlich unseren Gleichheit-Gleichbehandlungstrigger, aber natürlich auch Trigger im Hinblick auf Trittbrettfahrerei, auf Ausnutzen der Sozialsysteme. Und jeder, der weiß, wenn er mal einen Zahnarzttermin braucht und das dauert ewig oder erreicht niemand in der Praxis, der hat natürlich schon diesen Grundfrust und jetzt hört er diese Geschichte, dann ist er irgendwie so angefasst, dass man da irgendwie emotional mit auf diesen Zug aufspringt. Das heißt, es gibt, diese Geschichte wird eigentlich als Chiffre für was ganz anderes benutzt und wird versucht, sozusagen in die politische Debatte so reinzubringen, dass sie doch so eine latente Unzufriedenheit, so ein Grollen oder auch so ein Ressentiment von Leuten in gewisser Weise anfeuert und anschärft, um das dann in eine Art politischer Schwungmasse zu verwandeln. Also es gibt eben auch politische Akteure und auch Parteien, die jetzt nicht zum Rand gehören, die das natürlich zunehmend nutzen, weil auch diese Parteien darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie Affekte erzeugen. Also wenn die Mitte leidenschaftslos ist und nicht mehr so stark ideologisiert und auch über Ideologien oder an Parteien gebunden, dann ist die Affektpolitik so eine Art von Ersatzpolitik, die das Inhaltliche so ein Stück weit überlagern kann. Aus diesem ergibt sich natürlich, dass in so einer Situation Polarisierungsunternehmer eigentlich offene Türen haben. Also es gab neulich mal einen Spiegelbericht über die politischen Strategien und diejenigen, die für die Strategie der AfD zuständig sind. Und da stand so schön, dass die irgendwie interviewt wurden und haben gesagt, wir haben eigentlich gar keine Strategie, sondern wir warten eigentlich, bis ein neues Aufregerthema kommt. Und dann gucken wir, wie sich die Grünen positionieren und dann sagen wir genau das Gegenteil. Also so eine Art politisches Wegelagerertum, das sich da irgendwie breit gemacht hat und das dann eben sehr, sehr gut funktioniert, weil die eigene Position immer klar ist. Diese Triggerpunkte, also wenn man sich mal vorstellt, die allermeisten Leute arbeiten ja nicht in Parteizentralen oder sind nicht in Grundsatzabteilungen von Ministerien beschäftigt, sondern die allermeisten Leute haben diffuses Gefühl sozusagen von politischen Landschaften. Die analysieren auch nicht Parteiprogramme und deklinieren die dann ganz genau durch, haben diffuses Gefühl. Aber sie versuchen sich permanent zu verorten. Wo gehöre ich eigentlich hin? Und wenn man sagt, das ist eigentlich so ein bisschen so eine Nebelwand, in der wir uns befinden, dann sind natürlich diese Triggerpunkte so etwas wie Positionslichter. Die flackern da irgendwo mal auf und zu denen verhält man sich. Man versucht immer festzustellen, muss ich mich darauf zubewegen, weil da möglicherweise meine Gruppe ist oder muss ich mich davon wegbewegen. Und in dem Sinne sind Triggerpunkte natürlich auch Einfallstore für eine zunehmende, nicht nur Politisierung, sondern auch Polarisierung der Gesellschaft. Vielleicht lasse ich es an diesem Punkt erst mal. Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, es wäre ein wunderbares vorläufiges Schlusswort. Dankeschön. Sehr spannend. Ein Buch, das den Alarm bei der Flugkontrolle auslöst, bietet viel Sprengstoff zum Sprechen. Ich würde gerne, bevor ich es, nein, noch eine Sekunde, noch drei Minuten um Geduld bitten, weil ich würde gerne ein paar Nachfragen stellen, um zu verstehen, wie Sie gearbeitet haben. Sie sind ja empirischer Soziologe. Es gab Fokusgruppen, mit denen Sie diskutiert haben. Die sind auch in dem Buch streckenweise zitiert. Das heißt, da müssen viele Hilfskräfte sehr lange verschriftet haben. Also allein das ist eine Heldenarbeit. Ich würde gerne verstehen, wie haben Sie diese Leute gefunden? Wie viele waren das? Und wie lange haben Sie geredet? Denn eine Bemerkung beim Lesen, das sind wahrscheinlich die drastischsten Stellen mit sehr viel Emotion und nicht immer ausdifferenziert in der Debatte. Also das, was da als Beispiele sind, ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für Ihre Gruppen. Also wir haben, das ist eine Mischung aus quantitativem Material und qualitativem Material. Und das quantitativem Material, da benutzen wir schon vorhandene Studien, auch um sozusagen die Längsschnittlichkeit abzubilden, also die Entwicklung über die Zeit. Aber wir haben auch eine eigene Befragung gemacht, einen eigenen Survey mit über 2500 Personen, repräsentativ. Und dann haben wir sechs längere Fokusgruppen mit jeweils acht bis zehn Personen gemacht. Drei davon in Berlin und drei in Essen mit einer Mischung von Leuten, Stadt, Land, Männer, Frauen, unterschiedliche Berufe, Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Aber keine im Osten? In Berlin sind natürlich auch Personen aus dem Osten dabei gewesen. Okay, aber wir haben jetzt nicht die, Sie haben niemanden aus den Regionen dazugeholt, explizit, in denen die AfD 35 Prozent... Also da sind jetzt Brandenburger, sind natürlich dabei gewesen. Also das ist schon der Versuch. Und uns interessiert eigentlich nicht, was die einzelnen Personen sagen, sondern die argumentativen Repertoires, die genutzt werden, um bestimmte Themen zu verhandeln. Wir haben auch so etwas gehabt, was wir Krisisgruppen nennen. Also die Leute sind vorher natürlich gescreent, wo wir Leute zusammengesteckt haben, die unterschiedliche politische Grundpositionen haben, um eine Grundspannung zu haben. Aber wir haben auch Gruppen gehabt, die jetzt nur sozusagen gehobene Mittelschicht sind oder nur einfache Arbeiter und Unterschiede. Und sind Sie selber überrascht gewesen von den Ergebnissen? Weil ich als jemand, der für die Zeitung arbeitet, weiß natürlich, in Medien, im medialen Umfeld spiegelt sich permanent die These, die Gesellschaft ist ungeheuer polarisiert. Wir haben verlernt zu streiten. Es gibt selbst in Familien keine Auseinandersetzung mehr über politische Themen. Sie haben selber von der Trägheit mit dem Blick auf Parteipolitik gesprochen. Und nun sagen Sie plötzlich, das ist es alles übertrieben oder muss man es differenzierter betrachten? Was ist Ihre Zusammenfassung? Ja, es muss differenzierter betrachten werden. Also wenn wir wirklich verstehen wollen, was vor sich geht, dann können wir eben nicht mit solchen sozusagen Denkschablonen arbeiten. Das ist zwar kognitiv entlastend, wenn man immer sagt, okay, die Gesellschaft ist jetzt irgendwie gespalten. Und selbst bei Veranstaltungen, wo ich auftrete, wo Leute wissen, dass ich letzte Woche gerade, ich weiß nicht, was das war, waren zwei Vorrednerinnen und dann war ich auf der Bühne und die haben schon alleine in zehn Minuten 15 Mal das Wort Polarisierung benutzt. Das verselbstständigt sich dann natürlich. Und ich denke mal, das ist irgendwie ganz sinnvoll, mal genauer hinzugucken, ob das überhaupt der Fall ist und vielleicht genauer zu bestimmen, worin eigentlich die gesellschaftliche Konflikthaftigkeit besteht. Denn nur wenn man das versteht, kann man ja damit irgendwie auch arbeiten und das auch irgendwie politisch irgendwie ein Stück weit adressieren. Und eine letzte Frage, bevor ich unsere zweite Diskutante mit hier herhole. Sie sprechen von einer dicken und von einer dünnen Polarisierung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann nehmen Sie als Beispiel für die dicke Polarisierung das Beispiel USA, von dem wir alle wissen, dass da möglicherweise diese Zuschreibung sehr viel treffender sind, wie wir allein in den letzten Tagen gesehen haben, kann das sogar zu regelrechten Katastrophen führen. Ist dann sozusagen, sind die USA die gesellschaftliche Polarisierung, in der diese Gesellschaft möglicherweise hinmarschiert? Und wenn ja, wie ließe sich das verhindern? Also wir sind jetzt nicht auf dem Pfad der Endpolarisierung, sondern wir zeigen eigentlich, dass sich jetzt im Politischen, auch im Zusammenspiel sozusagen mit der gesamten Konstitution der Gesellschaft, doch grundlegende Veränderungen ergeben, die sehr gefährlich sind. Wie sich das verhindern lässt, ja, das ist unglaublich schwer, weil es gibt eigentlich so drei Möglichkeiten, zum Beispiel auf solche Triggerpunkt-Politiken oder Affekt-Politiken zu reagieren. und das Erste ist, man macht selber Affekt-Politik, also je nach politischer Couleur, gibt ja auch manche Leute sagen, man müsste irgendwie auch einen linken Populismus haben und so weiter. Das andere ist eine Dethematisierung, also man tut so, als finden diese Themen gar nicht statt. Und das Dritte ist... Also die Totschweigen zum Beispiel, nicht über Trump berichten, okay. Ja, oder nicht viel, aber jetzt zum Beispiel die Äußerung von Friedrich Merz, da kann man jetzt sozusagen 100 Kreise drehen und das überall in jeder Zeit nochmal wiedergeben. Aber man könnte auch sagen, das ist jetzt irgendwie eine, ich weiß gar nicht, das lief ja nicht mal im Fernsehen oder sowas, das ist jetzt in ihrem Kontext eine Bemerkung, die muss man nicht totschweigen, aber die muss man jetzt auch nicht zur Headline machen. Und was ist die Dritte also? Und das Dritte ist natürlich irgendwie eine sachbezogene Politik in der Hoffnung, dass die die Leute überzeugende Ergebnisse bringt. Das sind alles drei riskante Strategien, von denen wir nicht genau wissen, wie die eigentlich ausgehen. Zumal, wenn Parteien immer davon sprechen, dass man Polarisierung, die behauptete Polarisierung, dadurch abbildern könnte, dass man Menschen zur aktiven Teilhabe bringt. Diese Teilhabe aber dann genau in dieser Trägheit kollidiert, die Sie besprochen haben, oder? Ja, ich meine, das Problem ist natürlich schon, dass diese Mitte so abgedimmt ist. Das ist, wenn man sagt, auch der breiten Mitte, dann könnte man zum Beispiel der AfD natürlich viel mehr entgegensetzen. Wenn alle sich das nur anschauen und irgendwie politisch relativ passiv beobachten und bejammern, dass es so ist, aber es irgendwie keine aktive Zivilgesellschaft gibt, auch keine politischen Möglichkeiten der Selbstorganisation, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger. Und von daher ist es auch ein Stück weit ein Appell an die Gesellschaft selbst, ihre Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Und ich glaube, das ist bislang nicht geschehen. Das ist das perfekte Stichwort für Esther Kovac, die aktive Zivilgesellschaft, die es in Ungarn in der Form nicht mehr gibt oder zumindest so geschwächt ist, dass sie vieles nicht mehr viel entgegensetzen kann. Esther Kovac, kommst du zu uns? Dann rede ich nicht über dich, sondern mit dir. Danke. Hat Germanistik, Romanistik und Soziologie in Peitsch, in Seget und in Budapest studiert. Entschuldigung, ich nehme das. Habe ich das an? Nein, das habe ich aus. Warte, dann nehme ich noch das ganz kurz und gebe dann an dich wunderbar hin weiter. Und interessanterweise für die Ebert Stiftung in Budapest das Genderprogramm gemacht, an der ELTE, also der großen Budapester Universität, promoviert zum Thema Feindbild, Hegemonie und Reflektion, Bedeutung und Funktion des Genderbegriffs in der Politik des Orban-Regimes, sehr spannend, kann Herr Orban nämlich nicht leiden, und der deutschen radikalen Rechten. Und ist jetzt an der Universität Wien als im politikwissenschaftlichen Bereich und arbeitet über Gender und aber nicht nur, sondern Kulturkampf im Wesentlichen, richtig? Und hat ein wunderbares Buch geschrieben, was aber offenbar nicht übersetzt ist ins Deutsche, habe ich das richtig verstanden? Culture Wars in Europe. Ja, also das Buch ist auf Englisch online erhältlich, Culture Wars in Europe, und das habe ich herausgegeben, nicht geschrieben. Mein Buch ist aber nur auf Ungarisch über diese Genderkämpfe bei den deutschen Neuen Rechten und beim Orban-Regime. Danke schön für die Vorstellung und dass ich dabei sein kann. Und ich möchte gar nicht über etwas ganz anderes reden, sondern genau über das Buch, das ich schon lesen durfte. Und in der Tat habe ich das Buch auch aus ungarischer Sicht gelesen. Ich komme aus einem Land, wo der politische Diskurs sehr, sehr gespalten ist. Die eine Seite redet vom Untergang des Abendlandes, wie von Deutschland, und der andere Rager denkt, alles, was im Westen passiert, ist super. Und wir sollten Deutschland werden, so schnell wie möglich. Und da frage ich mich und fragen wir uns auch viele, wie sich das Politische auch mit dem Sozialen verhält. Das, was dieses Buch eigentlich sich auch fragt, ist dieser mediale Polarisierungsdiskurs oder auch von Politikern befeuerte Kämpfe, dass wenn du nicht mit uns bist, dann bist du mit den anderen. Ob das sich auch in der Gesellschaft so ist oder ob man das da auch finden kann. Und ich glaube, das, was in dem Buch mitschwingt, aber vielleicht nicht beantwortet oder so, ist praktisch, wenn man über die politische Relevanz redet, ob dann politische Relevanz der Ergebnisse, ob man dazu kommen muss, ja, eigentlich sind alles nur so Grautöne, eigentlich ist das alles nicht so polarisiert oder schlimm und die meisten Menschen sind dazwischen und daraus ergeben sich die politischen Strategien dann anders. Also muss man einfach sich mit der Mitte auseinandersetzen oder ist alles, bewegt sich dazwischen oder braucht man in diesen Konflikten, die sehr polarisiert, zumindest medial ausgefochten werden, eine Generation oder Zentrismus ist, glaube ich, auch eine, vielleicht eine politische Frage, die sich stellt. Also aus der Perspektive möchte ich einige Bemerkungen machen. Was mich im Buch sehr fasziniert hat, einerseits ist die Zentralität des Klassenbegriffs und der Klassenbegriff nicht nur in der Arena, nicht nur in der Analyse, wie die verschiedenen Klassen zu den verschiedenen Arenen stehen, sondern auch wie mit Klasse all die anderen Arenen auch aufgeladen sind, zum Beispiel, wie die ökologische Frage eine Klassenfrage im Werden ist. Und das ist sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Oder was mich, die ich auch gegenüber der progressiven Befeuerung des Kulturkrampfes kritisch bin, die ich sehr überzeugend fand und sehr gut fand, ist, wie die progressiven Akteure Distinktionsgewinne realisieren, wenn sie über bestimmte Themen auf eine bestimmte Art und Weise reden, nämlich Klima und Gendersprache. Die zwei waren sehr stark im Buch hervorgehoben. Also so wie dieses auf individuelles Konsumverhalten und moralische Haltung, so abgespeckte oder reduzierte Klima, Wanderverständnis oder was man tun muss, also dieser heroische Verzicht auf der einen Seite. Und bei der gendergerechten Sprache ist die exklusive Inklusivität, also während die eine Gruppe inkludiert wird, oder das ist die Absicht, aber eigentlich schließt man viel anderen aus. Also das als Gendersprache, als Soziolekt praktisch. Und auch, also es steht so ein Satz im Buch, es gibt zerküftete, verkaraterte Konfliktlandschaft, die sich nur an den politischen Rändern und unter den höher Gebildeten anhand einer klaren Lagerlogik beschreiben lässt. Also unter den höher Gebildeten. Und ich denke, das ist so wichtig, weil wir das oft verstehen. Und das war auch für mich deshalb so spannend, dass ich auch mit meinen eigenen Triggerpunkten auch konfrontiert wurde. Das Gute am Buch daran ist, dass wenn man sich triggert fühlt, getriggert fühlt, findet man sofort die Analyseinstrumente auch noch dazu und das kann man besser einordnen. Auf jeden Fall, dass die Akademikerklasse Teil des Spiels ist und Teil dieses Polarisierungsdiskurses. Und in dem Zusammenhang noch, was dieses Wort ist heute auch schon gefallen, die Polarisierungsunternehmer, die für Deutschland nicht nur die AfDler und die AfD-Wähler sind, sondern auch die Grünen sehr prominent genannt werden, was mir sehr gut gefallen hat. Also es ist ein symmetrisches Trio-Duo und bestünde die deutsche Gesellschaft nur aus Grünen und AfD-Anhängern, wäre sie tatsächlich zutiefst in zwei verfeindete und gegeneinander abgeschottete Lager gespalten. Also es sind die zwei Parteien, die auch in ihren Programmatiken diese drei Arenen, also die wir sie in den Außen und heute Morgen sie sehr gebündelt darstellen und auch bei den Wählern von diesen zwei Parteien so ist das, die tatsächlich so vorkommen. Bei all den anderen ist das viel nuanzierter oder nicht so alles zusammen. Also deshalb finde ich einfach auch sehr wichtig, dass das in der Mathe dann auch ankommt, also dass man nicht nur immer darüber redet und das sage ich auch wiederum aus ungarischer Hinsicht, wo man immer nur über die Polarisierung redet, was das Orba-Regime anrichtet, also wie die andere Seite da sehr gerne die andere Rolle annimmt, also nicht nur das, wenn die Grünen etwas machen, dann die AfD macht das Gegenteil, sondern auch das Umgekehrte, wenn die AfD etwas sagt, dann nehmen die Progressiven so automatisch die andere Position ein und ich glaube, in vielen Debatten hilft es uns nicht weiter, aber auf jeden Fall bietet das Buch sehr viel zur, ich weiß nicht, wie die Formulierung war, so eine Yoga, entspannendes Yoga, also dass man da ein bisschen so runterkocht und entspannende Yoga-Übungen also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und sehr viele analytische Mittel, das ein bisschen einzufangen, was da ist, was ist in der Gesellschaft, was ist in der Politik und wie sie zusammenhängen und was wir damit anfangen können. Erstmal so viel und vielleicht komme ich noch zu meinen anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.